Ja. Ist er? Ja. Hallo. Okay. So, dann, ich werde jetzt in diesem Konzert einladen. Wir werden alle unsere Freunde, alle wieder sehen werden und die Information, die jetzt gekommen ist, wir nutzen dieses Konzert, um uns zu stärken, um uns alles zu holen, was wir brauchen und zwar lade ich ein, überall wo du wirkst, ist das ein Chorspieler? Überall wo du bist, kann ich über das Wasser zu ziehen. Überall wo du bist, wo du handelst, ist zu wahren. Ein Fehler, was viele machen, ist das Umfeld, wo man ist, nicht wahrzunehmen. Gib ein Konzert und nimm das Umfeld nicht wahr. Es kann gut gehen, aber es kann auch schief gehen. Gibst du ein Seminar oder willst ein Geschäft machen und du nimmst das Umfeld nicht wahr? Hast du ein Problem, gehst in ein Hotel und willst schlafen und du nimmst das Hotel nicht wahr? Hast du ein Problem? Manchmal ja, manchmal nicht. Und meine Einladung ist, dass wir das jetzt auch als Jugend machen in dieser Form, wir nehmen das Umfeld wahr und wir verändern. Wir heilen nicht das Umfeld, sondern nehmen die Energien des Umfeldes, die vielleicht noch nicht erledigt sind, alles was negativ ist, ist eine nicht gelebte positive Kraft. So, wenn jetzt jemand wütend ist, dann ärgert man oder so. Das heißt, ich kann im Spiel ihren Mund als Energie nutzen und ärgere sie, weil das ist Energie. Also das Negative, jetzt langsam explodieren, das Negative ist nicht benutzte Energie. Freunde machen das so, ihr hört, es ist soweit, ich werde dich da machen. So, und wir einladen nicht jetzt, wir guten für das Territorium, was Gutes zu machen. Wieso? Ich wurde das, was im Territorium an Spannungsfeldern sind, zu nutzen für das Konzert. Und diese Energie nehmen wir transformiert für uns auf alle Ebenen für das, was wir brauchen können. So, schaue, was du brauchst jetzt, welche Energie du brauchst, welche Kraft du jetzt dir gut tut oder dich gut integriert. Und eben, was ich heute wahrgenommen habe, ein Spannungsfeld, ich hatte angefangen, habe ich nicht mal weitergemacht. Hier ein Spannungsfeld, hier ein Spannungsfeld, nehme ich wahr, und ein Spannungsfeld ist natürlich so wie Strom. Man könnte Licht erzeugen, zum Leuchten, zum Autofahren, zum Egalwas, Energie, was wir brauchen können. Bald wird sich das einfach auch so verändern. So, das heißt, wir wahrnehmen die Spannungsfelder, die in das Umfeld sind, die Einladung, sie für uns wahrzunehmen, und diese Spannungsfelder als Nahrung und Inspiration und Impuls für diesen Konzert und für alle Wünsche, die du hast. Das heißt, öffne dich für Energien, die du jetzt vielleicht brauchst, ein bisschen Ruhe, aber egal, was du jetzt brauchst, ne? Ist du raus? Das ist die Band. Das ist die Band, genau. Eben, seid einfach offen, weil kommt dann auch das Richtige. So, und dieses Konzert wird von allen geleitet. Halte dich nicht zurück, wenn du einen Wunsch spürst, eine Frau von aufstehen, um eine Größe zu spielen, oder einen Wunsch begleiten. Wenn du dich fühlst, wird einigermaßen da sein, und wir nehmen das an. Nur wir halten uns nicht zurück. Und dann plötzlich ein Symbol bekommen, ein Leben. Ein Schwingen kommt. Ein Schwingen kommt. Das ist das Leben, das ist normal, wenn man das so sagen darf. Wer das nicht macht, wer nicht das Impul zu folgt, ist ein Schwarzmeider. Ist was Schlimmes. Bekommt eine schlechte Note, und entzieht sich Kraft und zurück aus seinem System, und in diesem Ohr darfst du den ganzen Wunsch werfen. Tschö. In dieser Form haben wir das noch nie gemacht, ist jetzt gekommen, da wir eigentlich in Transformation sind, durch das, was wir heute gemacht haben. Aber wir machen das nicht lang, so 30, 40 Minuten höchstens, und dann gehen wir schlafen. Das ist das, was wir heute Abend. Das ist das, was wir heute Abend. Amen. 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 Danke. Danke, danke. Danke. Wieso danke für die Wirkung? Ja, das, wenn wir das mitkriegen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.